So meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge heute Fahrkartenautomaten aktivieren und wir beginnen die Fahrt auf einer Strecke namens Strecke 19 was das für eine Strecke ist das wissen wir noch nicht das was das für eine Strecke ist machen es bereit wir sitzen ganz genau und ganz mal und wir fangen in Steinegg an das Geräusch bei mir Alter das ist nervig so Tag, Standard, Einzel, Eine ok passt so ne das muss im Spiel sein dann legen wir mal los wir fahren jetzt von Steinegg fahren wir in die Stadt hier ein äh nächster Halt, Steinegg, West nächster Halt, Steinegg, West wurde ja gerade angesagt, wir machen uns gleich wieder Tempomat an jo, das war ziemlich tief das Loch so, und dann fahren wir naja, wir sind wir sind ja schon mal hier hinten lang gefahren, also ganz ohne ist ja die Strecke nicht äh, ne eine Fahrkarte bitte was kann man da trotzdem lassen Einzel, Standard, Eine ach du Scheiße danke so jo, da hab ich auszusehen die Aufnahme abgebrochen äh, wo waren, ah hier so wie gesagt, da hab ich auszusehen die Aufnahme abgebrochen weiter geht's nächster Halt, Steinegg die ist aber mit Tempomat Steinegg, Kirche und zwar ist es jetzt die Aufgabe ich soll alle äh, alle hervorgeriebenen, ähm Haltestellen noch auf die Stufe 3 bringen und die, die ich jetzt anfahre, die haben eigentlich noch nichts klar viel verschüttet achso aber hätte ich denn jetzt ausweichen können das Schlaggau war mitten in das Stück, ey das kommt ja eh an so nach 20 Sekunden noch ja, bis dahin sind wir da, aber gestern war super ich war nachmittags im Schönbad und hab dann die ganze Nacht im alten Sägeberg Party gemacht du Glückspilz alles klar das war jetzt nicht mit der Absicht dass ich da einen Fußgänger mitnehme ja, das schenk aus ja, gut wir haben einen kleinen Zitrokar und, äh, wie gesagt hab ich das jetzt schon gesagt alle meine Busse haben jetzt, äh Werbung drauf so, dass ich mit jedem Bus mein Geld verdiene und wie gesagt, das ist jetzt Mission und ob ich das dann geschafft habe sehen wir dann im nächsten Part ein bisschen Vorproduktion das haben wir wieder da wie gesagt, äh, wie ich in den letzten Parts Augen wann mal gesagt habe ich bin ein Monat lang nicht da ich bin ein Monat lang, äh außer Kraft gesetzt haben wir es mal so darf, will nicht gestört werden darf nicht gestört werden muss werden muss lernen und, und, und und, und so, sehen wir den nächsten Bus dass, äh, jeder hat diese Werbung drauf alles klar ja, gut war auch ein bisschen eng, oder? also, damit hab ich jetzt nie so schnell gedacht kommst gar nicht so lustig rüber du wirst eher wie so ein langweiliger NPC ich hasse Kurvenfahrten nicht wie Pest Alter wie bin ich jetzt gefahren das hat mich richtig irritiert ding, 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 ding ich kann meinen Schlüssel nicht finden Old Town so das heißt, hab ich schon mal drei Minus? drei oder vier Minus? mhm, das ist nicht so gut aber mal gucken das haben sie anscheinend rausgepatcht nö gibt ja noch Bonuspunkte nehmen wir natürlich gerne an also warum auch nicht so, jetzt waren wir wieder in der Stadt drin sieben Haltestellen hab ich, glaub ich, insgesamt äh, Seaside Village und wir fahren bitte gerade aus gestern war super ich war nachmittags im Schwimmbad und hab dann die ganze Nacht im alten Selkeberg Party gemacht ach du Glückspilz ich musste gestern arbeiten ich brauche eine Fahrkarte jo, dafür haben wir ja jetzt genug Zeit darauf habe ich geauft Standard Einzel ich will immer noch die 6 drücken obwohl 1,2,3,4,5 doch, es gibt die 6,5 selbst will ich eigentlich drücken oh, Woche Standard 2 hast du ein Glück, Madame ich wollte gerade was machen dann geht's mal weiter die 2 Minuten möchte ich jetzt ungern warten ich kann sie natürlich warten um realistische sein aber, ach ne eins weiter noch ach, grün schön ne Bank hey könnt ihr beim Wohlverdienstes Geld schon mal eins haben, was ich gerade verdient hab also nichts genau zu sagen ist eigentlich traurig was ich verdient habe ich hab immer noch 3 Minuten gut alter so, gerne eine Woche Standards eine so, jetzt hast du Pech ja ich hab echt lange weinen, Leute das ist wirklich teuer 28 Euro für die Woche oder da müssen wir jetzt eigentlich schon in den Schwerde kommen was dauert denn schon lange Eric die 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 herzittüe blöch leans die ihr habt als er steht job kriege So, haben wir immer noch Zeit. Okay. So, da habe ich aufgestoßen. Tut mir leid. So. Immer noch zwei Minuten Zeit. Wollen wir auch nicht. Arschlub auf. Zum Glück haben wir ein Stück auf. Wie verrückt. Boah. Oh, ist das freundlich. Du bist jetzt immer mich so erschreckend. Jetzt geht auch meine Nase noch zu. Alter, was? Mein Körper macht verrückt. Und mein Körper mag mich nicht. Alter. Mein Körper will mich abstoßen. Hey, die überspringen wir heute. Wir gehen gleich auf eine ländliche Gasse. Zu. Ja, genau, jetzt zu warten. Ja, genau, jetzt zu warten. Schön zu wissen. So. In der ländlichen Gasse gibt es wie zu bestraften. Oh, da war ein Fußgänger. Oh, jetzt bekomme ich selbst Kopfschmerz davon. Außer schrecklich. Boah, es ist, es ist freundlich. So, Leute. Ich würde mal sagen, um zu sehen, ob ich die Opcom geschafft habe, guckt nächstes Mal rein. Bis zum nächsten Mal. Dann sagt er, wenn Sie, ciao, ciao.